Yo, zuerst ein neues Video von uns, heute im Locanda Boschento. Ja, wir werden jetzt reingehen und schauen, wer von uns beiden hier der bessere Pizzerient ist. Also so nennt man das in unserer Branche, wenn man in der Pizzeria arbeitet. Also in der Filmbranche nennt man es. Ich bin auf jeden Fall besser. Wir schauen jetzt erstmal, wer von uns beiden hier besser kochen kann oder besser Pizzabacken. Aber natürlich ich. Und dann drucken und ziehen. Okay, okay. Wenn du jetzt einen Mitarbeiter hättest, der immer so langsam arbeiten würde wie er, würdest du dann klarkommen an einem Abend oder würde dir dann alles untergehen? Alles untergehen. Macht man das nicht mit so einer Rolle? Hey, das wollte ich auch machen. Du kannst auf deine Hände zoomen und dann das bei mir reinschneiden, so damit es aussieht, dass ich sie mache. Ich bin da irgendwie so grobmotorisch irgendwie. So. Hups. Und dann nehm ich noch Olu, würde ich sagen. Um den Geschmack, damit das wunder im Abgang sitzt. So sagen wir in der Branche. Jetzt ist er dran, oder? So geht das glaube ich nicht. Schau mal her, Simon. Siehst du das? Wie ein gelehrter Pizzabäcker macht er das, der Landsberg. Aber ich mag keine Champignons. Da hast du auf jeden Fall schon mal von. Ja, bla bla bla. Champignons sind irgendwie für sowas von... Wir haben aber keine Champignons. Jetzt wisst ihr, wie es geht. Ja, gerne. Super. Okay. Oh, jetzt sind wir das. Mhm. Ah. Mhm. Mhm. Danke für was. Also. Die Dreiecks... Also. Drei... Reka, kannst du jetzt schon sagen, wer es besser gemacht hat von uns bei uns? Nein. Ich glaube, die sind beide klein. Nein, nein, nein. Moment, Moment. Aber das war ein bisschen schneller. Ahhhh. Aber er kennt sich nicht so gut aus, würde ich sagen, oder? Mein Großvater hat immer gesagt, l'importante Ebere. Das heißt, Hauptsache saufen. Ja, immer Hauptsache saufen. Buongiorno. Wissen Sie schon, was die zum Saufen bestellen? Okay. Das fängt gut an dich.